Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Botschaft auf diesem Kanal. Schön habt ihr eingeschaltet, schön seid ihr dabei. Jesus Christus steht vor deiner und meiner Herzenstür und keine Angst vor Drangsal und Trübsal. Dies die Hauptthemen dieser Botschaft. Und ich kann dich ermutigen, von Anfang bis zum Schluss dabei zu bleiben. Wir werden einiges miteinander betrachten können. Ich habe mir eingehend gedacht, als ich mir Gedanken machte über diese Botschaft, es kann sich nur noch um Wiederholungen handeln. Wir haben bereits alles gesagt. Doch weit gefehlt. Gott hat mir Impulse und Inputs gegeben. Ich habe dann den Kugelschreiber über mein Notizheft schwingen lassen und hier sind Notizen rausgekommen, drei Seiten lang. Und Gott hat einiges noch, was er dir und mir, was er uns verkündigen möchte. Für mich ganz persönlich auf diesem Kanal ist noch immer nicht Ende Fahnenstange. Wir sind ja noch hier, Leute. Wir sind ja noch hier und wir wollen jetzt miteinander ins Markus-Evangelium gehen und das ganze Kapitel 13 miteinander lesen. Vermutlich sehr zur Freude gewisser Geschwister, Brüder und Schwestern, die mir in den Kommentaren Dinge geschrieben haben, die ich teilweise weniger beten hatte. Ich habe gesagt, es ist mir gleichgültig, wann der Herr genau wieder kommen wird. Er wird mich durch alles durchtragen und das ist nach wie vor meine Überzeugung. Ich glaube an einen liebenden Gott. Gott ist Liebe und Liebe ist die höchste Form der Fürsorge und des Wohlwollens. Und wenn Gott uns in Christus Jesus alles geschenkt hat, wird er uns nicht alles andere auch noch geben. Gott ist ein liebender und gnädiger Gott und das sollen wir ganz fest im Hinterkopf behalten. Selbst wenn es manchmal anderwertig aussehen mag. Ich lasse mir diesen Glauben niemals rauben. Ich habe einen liebenden und fürsorglichen Gott. Und wenn es bei dir anders sein sollte, dann überdenk mal dein Gottesbild. Markus Kapitel 13, die Verse 1 bis 37, das ganze Kapitel 13. Und wir lesen hier die Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg. Die Verführungen und Nöte in der Endzeit. Die große Drangsaal, Bindestrich Trübsal, das Kommen des Menschensohnes und Ermahnung zur Wachsamkeit. Dies wollen wir ganz zu Anfang miteinander lesen. Bevor ich hier anfange, meine Notizen preiszugeben und selbstverständlich auch diese Botschaft wieder in die Hände unseres Gottes, Vaters und Schöpfers legen. Und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du diese Botschaft leitest, längst und führst. Dass du uns Erkenntnis und Offenbarung aus deinem Wort, der Schrift, der Bibel schenkst. Dass du uns die Herzen des Verstandes öffnest. Dass du uns Ohren schenkst. Und dass du uns eine Gesinnung schenkst, hier unvoreingenommen auf das zu hören, was du jetzt gesprochen haben willst. Vater, wir loben dich und preisen dich und danken dir dafür. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Und wir sagen, Amen, Amen. Die Endzeitrede Jesu. Und als er aus dem Tempel ging, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Meister, sieh doch was für Steine und was für Bauten. Und Jesus antwortete ihm, siehst du diese grossen Bauten? Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht niedergerissen wird. Diese Aussage hat sich 70 nach Christus bestätigt, als die Römer den Tempel niederrissen und kein Stein auf dem anderen liegen blieb. Und als er auf dem Ölberg dem Tempel gegenüber saß, fragten ihn Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas für sich allein, sag uns, wann wird das geschehen und welches wird das Zeichen sein, wann sich das alles erfüllen wird? Jesus antwortete ihnen und fing an zu sprechen, sieh zu, dass euch niemand verführt. Welch eine Ansage. Jesus Christus gibt immer manchmal so lustige Antworten. Ich erinnere mich auch an eine andere Antwort. Völlig aus dem Zusammenhang gerissen, scheinbar. Wo das Aas ist, sammeln sich die Geier. Denn es werden viele unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es und werden viele verführen. Viele versuchen das Heil zu verkündigen in jemand anderem. In der Esoterik. In anderen Religionen. Doch da ist kein Heil. Da ist kein Gott außer ein Gott. Da gibt es kein Gott, der von sich behauptet hat, er sei der Schöpfer von Himmel und Erde und allem, was darin und darauf lebt. Es ist der einzige Gott. Da ist ein Gott und ein Mittler. Der Mensch, Jesus Christus, wie geschrieben steht. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören werdet, dann fürchtet euch nicht, denn es muss geschehen. Aber das Ende ist noch nicht da. Es wird sich Volk gegen Volk und Königreich gegen Königreich erheben. Erdbeben werden an verschiedenen Orten sich ereignen. Und es wird Hungersnöte und Unruhe geben. Das ist der Anfang der Wehen. Ihr aber achtet auf euch selbst. Ihr aber achtet auf euch selbst. Das ist das, was wir vorwiegend tun sollen. Auf uns selbst achten und die Bibel zu uns ganz persönlich sprechen lassen. Bevor wir jetzt den Splitter im Auge des Gegenübers rausziehen wollen, sollen wir doch den Balken in unserem eigenen Auge erkennen, wie geschrieben steht. Du Heuschler, führt Jesus Christus hier noch zu. Denn sie werden euch den Gerichten übergeben und in den Synagogen schlagen. Vor Machthaber und Könige müsst ihr geführt werden und meinetwillen ihnen zu einem Zeugnis. Und das Evangelium muss zuvor allen Völkern verkündet werden. Markus Kapitel 16, Verse 15 und nachfolgende geht hin und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Angefangen in Jerusalem bis ans Ende der Welt. Angefangen bei dir zu Hause bis ins Nachbarsdorf oder in alle Städte oder in verschiedene Länder. Überall dort, wo du Menschen kennst, denen du von Jesus Christus und dem wunderbaren Werk am Kreuz von Golgatha erzählen kannst. Zur Erlösung, zur Errettung der Seelen, damit wir in den Himmel gehen dürfen. Es gibt nur einen Weg zum Vater in den Himmel. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, außer durch mich. Spricht Jesus Christus ganz genau. Wenn sie euch nun wegführen und einsperren werden, dann sagt euch vorher nicht, was ihr reden sollt. Und überlegt es auch nicht im Voraus, sondern was euch in jener Stunde eingegeben wird, das redet. Denn ihr seid es nicht, ihr Reden, sondern der Heilige Geist. Und genauso sollen wir es machen, wenn wir zum Nachbarn gehen und uns fast in die Hosen pinkeln. Wir dürfen den Vater um Mut bitten, wenn wir schüchtern sind. Wir dürfen ihn bitten, uns die richtigen Worte zu geben und dann mutig drauf losgehen und staunen, was Gott durch dein und mein Mund, durch uns zu den Mitmenschen spricht und sprechen wird. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist das Wollen und Vollbringen. Und wir haben ein Unterpfand in Christus Jesus, den Heiligen Geist, den Tröster und den Helfer, der in uns lebt. Und der uns helfen wird. Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tod ausliefern und der Vater den Sohn und die Kinder werden sich gegen die Eltern empören und sie zu Tode bringen. Schreckliche Dinge, die wir hier lesen. Und wir kennen das. Wir kennen diese Anfechtungen vermutlich. Diese Drangsal und diese Trübsal. Wenn wir zurückgewiesen werden um des Herrn willen. Wenn niemand mehr etwas mit uns zu tun haben will, weil wir Spinner seien. Weil wir Gott glauben in Christus Jesus. Weil wir an den Schöpfer glauben und an ihm festhalten. Und rufen, lasst euch versöhnen mit Gott in Christus Jesus. Das ist unser Job. Es mag gefallen oder nicht. Es mag zur Zeit oder zur Unzeit sein. Denn noch ist Gnadenzeit. Noch ist Zeit umzukehren, Leute. Und ihr werdet gehasst werden von allen um meines Namens willen. Wer aber bis zum Ende aushat, der wird gerettet werden. Wir sollen beharrlich sein und wir sollen ausharren. Wir sollen es liebevoll und einfach verkündigen und dann loslassen. Wir sind keine Beißhunde. Und wir sollen die Perlen nicht vor die Säue werfen. Wir sollen es liebevoll sagen. So wie es geschrieben steht. Auch gar nichts beschönigen. Und dann dürfen wir loslassen und den Herrn tun lassen, den Rest. Die grosse Trübsal. Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung sehen werdet, von dem der Prophet Daniel gesagt hat. Also im Buch Daniel hat es sehr viele Vorhersagen in Bezug auf die Endzeit. Wer es liest, der merke auf, dann soll, wer in Judäa ist, in die Berge fliehen. Und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab ins Haus und gehe nicht hinein, um etwas aus dem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der wendet sich nicht zurück, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen. Bittet, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Denn in diesen Tagen wird eine solche Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, bis jetzt vom Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat und auch nicht mehr sein wird. Und wenn der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch gerettet. Aber wegen der Auserwählten, die er auserwählt hat, hat der Herr diese Tage verkürzt. Wir reden von der Trübsal und der Drangsal und nicht von den Gerichten Gottes über diese gottlose Welt. Denn wir sind nicht gottlos. Wir sind in Christus, Jesus, verborgen vor Gott. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind seine Kinder, die er von Herzen liebt. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, sieh doch, hier ist Christus, sieh dort, dann glaubt es nicht, denn falsche Christusse und falsche Propheten werden sich erheben, die Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt werden. Aber wenn jemand im Namen Jesus Christus ein Wunder tut, dann war es nicht der Teufel. Dann war es der Herr Jesus Christus. Dann war es ein Gläubiger, ein Glaubender an Jesus Christus, der an die Allmacht Gottes glaubt. Ich kann nicht Jesus Christus anrufen und dann ist plötzlich der Teufel auf der anderen Leitung. Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, spricht Jesus Christus. Wie viel bleibt dann über? Doch der Teufel ist listig und geht umher wie ein brüllender Löwe, wen er verführen kann. Selbstverständlich werden Verführungen kommen. Ihr aber, seht euch vor, denkt daran, ich habe euch alles im Voraus gesagt. Und schaut die gottlose Zeit, die wir haben. Wir entfernen uns immer mehr von den Geboten Gottes und es wird immer gottloser und ärgerer auf dieser Welt. Sagt bitte nicht, es sei nicht so. Das Kommen des Menschensohns. Aber in jenen Tagen nach dieser Trübsal wird die Sonne verdunkeln und der Mond wird seinen Schein nicht mehr geben. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte in den Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Menschensohn in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Siehst du, hier dieses Kommen des Herrn hat nichts mit dem Kommen des Herrn, welches wir in erster thessalonischer Brief Kapitel 4 lesen, nichts mit der Entrückung zu tun, wo die Gläubigen dem Herrn entgegengehoben werden in den Lüften und die Verstorbenen in Christus zuvor mit uns, damit wir beim Herrn seien. Der Herr kommt dann in den Lüften und wir gehen ihm entgegen und werden bei ihm sein und dann mit ihm wiederkommen. Der Herr wird wiederkommen auf den Ölberg, wie geschrieben steht. Dann wird er seine Engel senden und wird seine Auserwählten aus den vier Windrichtungen sammeln, am Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Ich gehe davon aus, dass hier solche, die sich in dieser Endzeit, der Endzeit noch zum Herrn bekehren, eingesammelt werden, nachdem viele bereits beim Herrn sind. Ich gehe davon aus, dass es so ist. Ich behaupte es nicht, Leute. Und ich werde hier beim Wesentlichen bleiben. Und was ist das Wesentliche? Das Wesentliche ist, dass du und ich, dass wir errettet sind, dass wir dem Herrn gehören, weil wir den Herrschaftswechsel vollzogen haben vom Fürst und der Finsternis zum Herrn unserer Herzen, zu unserem Heiland, zu Gott in Christus Jesus. Dann gehören wir zum Herrn. Und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir wollen diesen Augenblick jetzt nutzen und bitten dich, dass du jeder Zuhörerin und jedem Zuhörer jetzt die Ohren des Herzens öffnest, ihnen die Kühnheit auch gibst, dich, Herr Jesus Christus, jetzt anzunehmen als Herrn, Retter und Erlöser, um die Gewissheit zu haben, bei dir in Ewigkeit und Herrlichkeit leben zu dürfen und diese furchtbare Welt und all das Furchtbare, was über diese Welt kommen wird, entfliehen und entgehen zu können. Vater, wir bitten dich, bewege unsere Herzen und jedem, der dich noch nicht angenommen hat, in Christus Jesus, möge dies jetzt tun. Wir danken dir dafür, Herr Jesus Christus, in deinem Namen und loben und preisen dich und danken dir, Jesus Christus, Amen, unser wunderbarer Heiland. Gott, wenn dieses Gebet dein Herz angerührt hat und wenn du es mitgebetet hast oder vielleicht zurückspulst und nochmal betest oder in ähnlicher Weise aufrichtig vor dem Herrn deine Worte ausdrückst, dann darfst du wissen, dann bist du ein Kind Gottes von diesen Momente an. Denn jeder, der den Herrn anruft, wird gerettet werden. Wenn wir den Herrn Jesus Christus anrufen und ihn in unser Herz einladen, wird er eintreten und Gemeinschaft mit uns haben, viel mehr noch. Er wird Wohnung in uns nehmen und uns von innen heraus verändern. Wir brauchen dann uns nicht verbiegen und verdrehen. Er wird uns von innen heraus verändern. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist das Wollen und das Vollbringen. Wir sollen ihn tun lassen und dann hier keine christliche Show abziehen, sondern einfach den Herrn entfalten lassen. in uns drinnen, so wie er es uns gibt, uns leiten lassen und führen lassen und fröhlich und freudig unterwegs sein in Freiheit. Der Sünde gestorben, für Gott lebend. Ermahnung zur Wachsamkeit. Am Feigenbaum lernt das Gleichnis. Wenn seine Zweige schon weich werden und die Blätter treiben, dann wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. So wisst ihr auch, wenn ihr seht, dass das geschieht, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Den Tag und die Stunde aber kennt niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht zu, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann es Zeit ist. Ihr wisst nicht, wann es Zeit ist. Wacht und betet. Wie ein Mensch, der ins Ausland reiste, sein Haus verließ und seinen Dienern Vollmacht gab und jedem seine Arbeit und dem Türhüter gebot, zu wachen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder um Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht, wenn er plötzlich kommt, schlafen findet. Was ich euch sage, das sage ich allen, wacht. Wir wollen wachsam sein, wir wollen wachen und wir wollen den Herrn von Herzen erwarten. Maranatha, komm, Herr Jesus, komm. Wir freuen uns und wir erwarten dich von ganzem Herzen. Und falls das noch nicht der Fall sein sollte bei dir, bist du genau ein Gebet weit entfernt. Oder spule nochmal zurück, überdenke die ganze Botschaft, denn noch ist Gnadenzeit, noch ist Zeit, umzukehren, Leute. Und dieser furchtbaren Zeit, die kommen wird, die die gottlosen Menschen über diese gottlose Welt bringen werden, entfliehen zu können, in Gottes Namen. Lasst uns Frieden machen mit Gott in Christus Jesus. Und wir sagen Amen und Amen, Amen. Vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Schön warst, du bist zum Ende dabei. Wenn du Lust und Zeit hast, die Botschaft auch noch sehen, die ich verlinkt habe. Ansonsten gerne bis kommenden Donnerstag, 20 Uhr oder immer dann, wenn du Lust und Zeit hast. Shalom und auf Wiedersehen.